Das kauft schon. Ja, Film. Ja, schon. So viel zum Thema Selbstverlöschend. Guck, Film. Ich hab schon. Das brennt ja mehr wie Benzin. Fangen wir das an. Da kommt das Feuer leer. Siehst du das? Ich möchte ja nichts sagen, aber das ist eine Frischbetonverbundfolie mit adhesiven Klebeschicht. Und wie die die Brandschutzprüfung hinbekommen hat? Respekt vor der MPA, die das ausstellt. Oh, scheiße. Selbst im Liegen brennt es noch. Ich glaube, ich geh mal raus und hol den Wasserschlauch und lösche. Oder hat der Bodengrundfeuchtigkeit gerade ein bisschen warm. Um den Hersteller zu schützen, sagen wir jetzt nicht genauer Produktnahme, oder? Nee. Au. Selbstlöschend. Selbstlöschend. Da müssen wir die Kinder in die Wunde legen. Ich frage doch von Schusssteller, wie kann sowas sein? Selbstlöschend. Ja. Du hast eigen. Vielen Dank.